Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingetzt wird gut. Ihr seid alle gut in das Wochenende bzw. in diesen Samstag reingestartet. 19.200 US-Dollar. Dort traden wir momentan. Wir haben gestern endlich mal ein bisschen Bewegung gesehen. Wir haben unseren ersten Zielbereich erst einmal erreicht. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt in die Telegram-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gibt eine neue Talk-Gruppe. Und heute werde ich noch einen kleinen Wochenausblick drehen für nächste Woche. Ich weiß nicht, ob es heute oder erst morgen online kommt. Schauen wir auf jeden Fall dann mal. Aber einfach mal so kleine Einstimmungen, was für Termine nächste Woche sehr, sehr interessant werden könnten. Schauen wir uns dann alles an, was es möglicherweise auch für Chart-Auswirkungen haben könnte. So, und jetzt starten wir durch. Wie gesagt, 19.160 US-Dollar. Wir haben CME-Gap, was ich jetzt gerade gesehen habe, was bei uns in der Telegram-Gruppe gepostet wurde. 19.195 US-Dollar. Also wir traden hier momentan um unser kleines CME-Gap, was hier gebildet wurde. Gestern haben wir dann kurzfristig endlich mal Bewegung bekommen. Wir sind ins Golden Pocket. Wir sind minimal drunter gegangen. Aber es ist alles halb so wild. Order wurde ausgelöst. Mittlerweile sind zwei Take-Profits erreicht worden. Also ich bin mittlerweile schon im Plus, aber auf Stop-Loss-Entry. 19.700 ist hier momentan mal Einstieg. Grund, warum ich schon zwei Take-Profits genommen habe, war einfach der Aspekt. Wir sind in dieses kleine Golden Pocket hier gekommen bei ungefähr 19.100 US-Dollar. Deswegen hier schon mal Profite genommen, einfach mal sicherheitshalber. Und jetzt befinden wir uns in dieser kleinen 4-Stunden-Supply-Zone. Direkt darüber, der SMA noch auf dem 4-Stunden-Chart. Also hier kommt schon eine Menge, Menge Widerstand zusammen. Der geht bis ungefähr, was haben wir hier, 19.350 US-Dollar. Wo wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft hätten. Also 200 US-Dollar könnten wir noch steigen, bevor wir möglicherweise dann eine Gegenbewegung reinkriegen. Vom Arrows-Ei her haben wir auf jeden Fall noch Luft. Das heißt für mich, ein potenzielles Short-Szenario liegt momentan einfach hier in diesem Bereich der 19.450 bis 19.500 US-Dollar. Wir haben hier immer noch diese kleine Ineffizienz. Ich mache die mal ein bisschen deutlicher hier in diesem Bereich. Die noch gefüllt werden könnte, wäre nochmal ein kleiner Pump übers Wochenende. Und dann möglicherweise mit der Gegenbewegung doch nochmal ins Golden Pocket. Und dann ist es fraglich natürlich, ob es hält. Weil, was hier sehr, sehr auffällig ist, auch hier kam eine Menge Volumen hier unten rein. Sieht man ganz gut hier und hier in dieser 4-Stunden-Candle. Das heißt, hier unten sind natürlich auch viele wieder Long reingegangen. Ist natürlich klar, Golden Pocket hat jeder drauf geschielt. Oder haben wir schon seit Tagen darüber gesprochen, dass das ein potenzieller Long-Bereich ist. Der wurde jetzt natürlich auch zuerst, sag ich mal, getroffen. Sollten wir hier hochgehen, könnte wirklich diese Gegenbewegung zumindest mal hier ins Golden Pocket kommen. Dann wird es interessant, hält dieses Golden Pocket oder kriegen wir dann im Endeffekt die nächste Abverkaufswelle in dem Bereich der 18.000, 18.200. Weil einfach hier unten noch dieser Wig liegt von den letzten Inflationszahlen. Und den müssen wir auf jeden Fall auch weiterhin im Blick behalten. Wie gesagt, bei Bybit liegt er bei 18.000. Bei Binance haben wir auch schon darüber gesprochen, bei 18.200 US-Dollar. Aber das sind jetzt erstmal so die kurzfristigen Sachen, die wir im Auge behalten sollten. Also 19.450 potenzielles Short-Szenario. Da werde ich aber dann selber nochmal gucken, ob ich hier wirklich reingehe. Ich lasse die Long-Position parallel noch laufen, werde die auch nicht weiter vergrößern. Und dann vielleicht eher als Hedge laufen, sollte die Short-Position nicht klappen. Ansonsten wäre hier das Ziel ungefähr die 20.000 bis 20.500 US-Dollar, wo wir auch gestern schon im Update-Video darüber gesprochen haben. Kurzer Blick auf den Daily. Auch hier wenig Änderung. Wie gesagt, wir sind aus unserem Falling-Vedge mittlerweile ausgebrochen, aber seitlich ohne wirklich einen Impuls und sowas. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen gucken. Weekly Close habe ich auch schon angesprochen. Ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Aber auch hier momentan die ganze Woche schon überhaupt keine Bewegung. Also hier sollte spätestens irgendwann mal nächste Woche auf jeden Fall mal Bewegung reinkommen. Ob jetzt nach oben oder nach unten. Wie gesagt, nächste Woche kommen Häuserpreisindex, BIP, also Bruttoinlandsprodukte in den USA. Da könnte schon eine Menge, Menge Bewegung noch reinkommen. Aber wie gesagt, das ist alles dann noch in einem kleinen Wochenausblick-Video, was ich dann noch später drehen werde. Und da schauen wir uns das dann nochmal ein bisschen genauer an. Aber wie gesagt, jetzt erstmal kurzfristig 19.450. Brechen wir das ohne Probleme, können wir locker in den Bereich der 20.000 vorstoßen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen zu überbullisch. Momentan, wie gesagt, die Bewegungen sind klein. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen. Und diese Ineffizienz bei ungefähr 19.450 US-Dollar liegt da schon eine ganze Weile. Und die wird früher oder später auf jeden Fall noch gefüllt. Aber dafür müssen wir erstmal durch den 200-SML. Wir müssen durch die 4-Stunden-Supply-Zone. Und dann können wir hier den nächsten Step machen. Dann kommt auch noch diese kleine Downtrend-Linie hier in gelb. Die wir dann auch noch durchbrechen werden müssen. Gut, soviel dazu. Ethereum schauen wir auch mal an. Hier sind wir leider nicht ins Golden Pocket reingekommen. Das war eigentlich so nochmal eine Wunschvorstellung. Wenn Bitcoin ins Golden Pocket geht, dass noch ein paar andere Coins da reingehen. Leider nicht passiert. Also wir sind hier kurz bei 1250 US-Dollar. Haben wir Halt gemacht. 1240 wäre so das Wunschszenario gewesen. Auch hier wäre eine Long Order bei mir drin gewesen. Leider nicht passiert. Aber auch hier schon relativ flotte Erholung dann gesehen. Wieder von in Höchstständen 4,5%. Also geht relativ flott. Trotzdem, gleiches Spiel auch hier. Relativ viel Liquidität hier unten. Hier ist natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann einfach auch das Golden Pocket beim nächsten Test halten könnte. Heißt, wir holen möglicherweise auch hier noch so diese kleine Ineffizienz im Bereich der 1317 US-Dollar. Gehen dann runter in das Golden Pocket. Und dann im Endeffekt machen wir diese Bewegung, die wir hier schon eingezeichnet haben. Golden Pocket, Konsolidierung. Und dann vielleicht der nächste Anlauf in dem Bereich der 1350 US-Dollar. Also auch hier wenig Veränderung. XRP ein bisschen spannender. Hier haben wir es geschafft aus dem Falling Vetch auszubrechen. Nicht impulsiv. Möchten wir eigentlich nicht sehen, wenn wir dieses Breakout sehen. Sollte auch ein bisschen mehr Kraft dahinter sein. Und das sehen wir hier einfach nicht. Wir hatten gestern nochmal so einen kleinen Abverkauf in die 42 US-Dollar-Cent-Region. Auch hier leider nicht ins Golden Pocket gekommen, was bei ungefähr 41 US-Dollar-Cent liegt. Aber was wir auch dazu sagen müssen, sehr, sehr viel Volumen auch hier unten eben in dieser Candle. Das heißt für mich, ich werde hier auch kein Short-Szenario erst einmal anpeilen. Eher weiterhin unten hier in diesem Bereich, diese Long-Version mit möglichen Retests von diesem Falling Vetch an der Unterkante. Und dann vielleicht die Long-Position im Bereich der 50 US-Dollar dann mitnehmen. Wäre ein ordentlicher Ersatz, den es hier nach oben geht. Aber momentan befinden wir uns auch hier, wie gesagt, knapp aus dem Breakout, aus dem Falling Vetch. Vier Stunden E-Mail-Ribbons kämpfen wir hier ein bisschen zu wundern. Der SMA kommt jetzt hier in diese Region bei ungefähr 0,47 US-Dollar-Cent. RSI hat auch noch Luft, deswegen für mich momentan kein wirkliches klares Short-Szenario. Eher dann nochmal diesen Rücksetzer nach unten eben in dieses Golden Pocket nochmal diese Ineffizienz hier unten füllen. Und dann möglicherweise Abfahrt nach oben. Aber XRP sieht momentan auch ehrlich gesagt ein bisschen stärker aus als so dieser Gesamtmarkt momentan. Also XRP macht so momentan ein bisschen seinen eigenen Chart. Dann schauen wir uns noch Quant an, weil Quant doch nochmal einen kleinen Impuls gegeben hat. Wir sind aus diesem Downtrend ausgebrochen, dann kam sehr, sehr viel Volumen hier rein. Seitdem bilden wir so eine kleine Bull-Flag. Ich sage jetzt mal auf dem Vier-Stunden-Shart, sieht zumindest so aus. Vier Stunden E-Mail-Ribbons momentan, ein bisschen Support. Trotzdem auch hier keine Long, eher dann Short-Szenario in diesem Bereich hier oben um das Golden Pocket bei ungefähr 201 bis 203 US-Dollar. Was man hier aber halt aufpassen muss. Und das ist eigentlich so das Problem, was ich hier immer noch sehe und ein bisschen nicht so auf den Short-Zug aufspringe. Ist einfach diese krasse Volumen-Candle, die wir hier oben haben bei 227 US-Dollar. Und sollte man hier das Golden Pocket shorten, muss man auf jeden Fall über das 0786er. Und das würden halt schon mal 7,5% bedeuten und hier oben ist halt nicht mehr viel. Das heißt, wir könnten hier locker nochmal einen Satz von 14, 15% machen. Und da ist das Risiko meines Erachtens sehr, sehr hoch, dass man sich hier verschätzt. Hier dieses Short-Signal im Endeffekt mitnimmt durch das Golden Pocket und dann nach oben hier durchballert. Also es ist eine Möglichkeit, aber das Risiko sind halt 7%. Klar, der Gewinn könnte hier unten dann bis in die 155 US-Dollar gehen. Trotzdem, mir persönlich ist das Risiko, einfach hier diese 7% möglicherweise mitzunehmen. Und hier oben haben wir auch noch den Manfli R3 bei ungefähr 11%. Ist mir persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu hoch. Dann würde ich eher hoffen, dass wir hier ein neues hoch machen, die 227 US-Dollar rausnehmen. Ein bisschen hier oben konsolidieren und dann so eine Art Doppeltop bilden und dann, sag ich mal, die Trend umkehrt. Das ist für mich ein eher klareres Short-Signal. Sollte natürlich auch zu diesem Zeitpunkt das Volumen ein bisschen geringer sein. Aber momentan ist es meines Erachtens ein bisschen schwer. Wir können mal hier noch ganz kurz gucken. Der Trend hält momentan auch den vielleicht mal noch ein bisschen im Blick behalten. Ob wir hier dann auch einen 4-Stunden-Close drunter sehen. Dann ist natürlich erstmal das Golden Pocket hinfällig. Aber trotzdem sollten wir hier so einen kleinen Bounce hin, bei ungefähr 179 bis 177, so in dieser Region, wo die 4 Stunden je mehr Ribbons liegen, könnten wir auf jeden Fall diesen Puls ins Golden Pocket schaffen. Und dann ein bisschen RSI, ein bisschen das Volumen auf den kleineren Timeframes beobachten. Aber hier oben kommt halt dann nicht mehr viel. Und das ist das, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Und momentan zumindest ein Short für mich ausschließt. Aber wie gesagt, das muss man dann auch kurzfristig sehen, ob dann doch irgendwie das Volumen deutlich, deutlich abnimmt und dann doch hier Short-Impulse möglich sind. Aber momentan sage ich ein ganz klares Nein dazu. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Könnt ihr im Endeffekt selber entscheiden. Gut, das war es von mir. Wie gesagt, morgen kommt dann das Ausblick-Video oder heute. Muss ich dann noch schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Schauen wir einfach mal an, was nächste Woche so passieren könnte, auf was wir achten sollten. Ansonsten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerade in die Telegram-Gruppe für weiteren Austausch, mehr Analysen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, hören wir uns dann spätestens morgen wieder. Wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende oder generell ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.